Ja, ich kann nicht mehr gehen. Willst du nicht rechnen? Da sind wir schnell von der Klasse. Ich habe keinen Tektor, Schatz, ich weiß nicht. Die Männer können schon eine höhere Rolle als die. Die Männer können jetzt geschehen. Die Männer können jetzt geschehen. Und ich habe geschossen. Und Scheidecken. Da können wir auch nicht Scheidecken auf dem Gletscher. Da kann ich eigentlich lecker sein. Und dann können wir uns versaubern. Aber so habe ich gesehen. Oder so meinen Ski. Oder dort, wo ich gerade gehe, zur Skischuhe. Weil ich dort von mir stehe. Ja, ja. Ja, wegen dann Spasskrieg. Ja, wegen dann Spasskrieg. Ja, wegen dann Spasskrieg. Ja. 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 Ja, aber wir können ein Gletscher anfangen. Ja. Ja. Dann können wir Spasskrieg, wenn wir auch dann machen. Ja. 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 Das ist mein Lieblingshof. Ich bin ein Lieblingshof. Hallo, Xavier. Wie ist das? Was ist das? Ich bin ein Lieblingshof. Ich bin ein Lieblingshof. Es ist denn, ich habe ihn gesagt. Es ist ein Lieblingshof. Es ist ein Lieblingshof. Es ist ein Lieblingshof.